Ah, wie war das Kerzen hier? Hey, mega cool. Übrigens, kennst du zusammen in Zürich? Ich habe auf der Website des Gemeinschaftszentren davon gelesen. Ja genau, ich glaube das sind doch so Ferienangebote, oder? Ich glaube so eine Übersicht, aber schau mal schnell auf Instagram. 17 geht's jetzt. Was wirklich? Da gibt es ja eine riesige Auswahl an Ferienangeboten. Ja voll, mega cool. Was schon mal in Zürich?